Hallo liebe Geburtstagskinder, die vom 14. bis 20. November 2016 ihren Geburtstag feiern. Das Geburtstagsgeschenk von mir ist eine Prognose für das neue Lebensjahr. Hört es euch an. Wollt ihr allerdings mehr wissen, dann ruft mich an oder kontaktiert unseren Top-Astrologen Astrolabios. Er erstellt das persönliche Horoskop. Aber nun hört, wie toll euer nächstes neues Jahr wird. Ja, das Leben ist schön. Dein Leben wird schön. Im neuen Lebensjahr wirst du mehr Leichtigkeit gewinnen und diese Leichtigkeit steht dir ausgesprochen gut. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Deine Bügelwäsche kann ruhig mal liegen bleiben. Oder das Unkraut im Garten oder die Blätter, die gefegt werden sollten, die können auch mal etwas länger sprießen und liegen bleiben. Instinktiv wirst du spüren, dass es manchmal wichtiger ist, den Moment zu schätzen, um die kleinen Freuden des Alltags zu genießen. Zum Beispiel bei einem Regentag nachmittags auf der Couch zu liegen, um ein Buch zu lesen oder Musik zu hören. Vielleicht machst du auch mal wieder einen Spieleabend mit deinen Freunden. Du fühlst dich wohl und das merkt man einfach. Deine Familie gibt dir Rückhalt und Zuneigung und das stärkt dich. Deine Anforderungen meisterst du mit links und hast noch Muße für deine kreativen Talente. Breite deine Arme aus und freue dich, dass es dir so gut geht. Dein Geschenk der Sterne für dich ist Lebensfreude und Kreativität. Deine Affirmation für das neue Lebensjahr ist Ich bin dankbar für all das Gute in meinem Leben. Ich wünsche euch alles Gute für das neue Lebensjahr. Mit Glück, Erfolg und Gesundheit. Von Herzen alles Liebe. Eure Deria Von Herzen alle